Hallo Leute, mein Name ist Chimbal. Mein Name ist Ome. Ich bin der Studium Manager von SBB Zohara. Ich bin der Szener-Engineer von SBB Zohara. Wir sind sehr froh, dass wir in der Heineken-Squartalent-Test-Kompetitionen teilhaben. Ah, und jetzt starten. Ja. So, heute werden wir reale Mongolian-Normatik-Food machen. So, wir brauchen Mutton-Led, Flour, Wheat Flour, für Dough. Und ein Garlick, Jingen, Pfeffer, und ein Seasone. So, in der Art Kut ist, also wir cook, in der Art Mashed-Potato mit Dried Beep. Ramsson, das heißt. So, First of all, wir machen eine Staube hier. Masken, das heißt, wir fangen. So, first, wir müssen eine Hose, wie diese Hose. Hose. Ja. Ja. So, starten, diese Hose. Hose. Hier ist es ein Geruch. Das ist fünfmalig! So, das sind dann. Wir machen die Hose. Hier sind eine Abk fazemlose. Das ist ein Geruch. Hose. Wir machen die Hose. Wir machen die Hose. Wir machen die Hose. Okay, das ist voll. Halten wir die Tafel. 3 weiter. Okay. Okay, das ist weiter. Okay, das ist wieder. Okay, das ist weiter. Okay, das ist weiter. Okay, das bin ich. Das ist ein Mongolian Bord Rekord. Okay, Leute, es ist Zeit, um zu enden. Dinosaur egg ist hier. Wow. So, we cooked our traditional Mongolian nomadic food. We called it dinosaur egg and mashed potatoes with pork. Thank you. Thank you. It's time to taste it. It's time to taste it. It's time to taste it. Please don't kill the baby. Okay, now is a wonderful time. Surprise. Surprise. It smells really nice. Can you hear me? Your appearance is ready. Totally begins. Tried meat. Cold meat. Like meat. Angolian tradition is mixed with a modern 1. Right? Yes. Taste is really good. The meat is also really soft. Oh, my God. Oh, my God. Vielen Dank. Und wir haben heute Abend, Dankeschön, Tschümbä, und Wohngsam.